Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Wir stehen schon wieder vor so einem Nebel. Aber wie man unschwer erkennen kann. Ist eines das schönsten Gebiete überhaupt hier. Finde ich jetzt. Ich habe natürlich wieder vergessen, wo man den scheiß Schlüssel kriegt. Für die Türen hier. Mann, Mann, jetzt war ich schon so oft da. Und jedes Mal, weil ich ihn habe, aber ich habe schon wieder vergessen, wo es hergeht. Nun, nichtsdestotrotz. Ich will mal rein. Ich bin zu den Wächterdrachen. Ich habe nicht viel dabei. Ich denke aber, dass das eigentlich ausreicht. Messerle brauche ich vielleicht nicht. Vielleicht anstatt Feuer. Könnte man unter Umständen ein bisschen Blitz drauf machen. Ach, da was ich zeige. Oder Magie. Ne, Drachen sind Blitzer vielleicht. So, habe ich. Sieht aus, alles sauber. Okay, dann probieren wir es mal. Wenn es zu hart wird, gehe ich wieder raus. Na, da ist er. Werde jetzt gleich wach. Oh, scheiße. Das ist nicht zu gut. Ach so, ich muss nicht. Oh, oh. Oh, klar. Oh, ich hätte vielleicht darauf achten sollen, dass ich feuerfeste Rüstung habe. So, ich mache da eher nicht. Ah, nee, komm. Link. Liegt er da oben hier? Das mag ich gar nicht, wenn er da oben hofft. Weg. Wow. Das war nicht gut. Die Rüstung ist zu schwach. Alla, ich konnte da oben kein Schade machen. Oh, ich treffe ihn da, ne? Mist, Fee, ja. Ja. Boah, ist das brutal, ja? Die Alvarez hat scheinbar doch nicht so viel Feuerabwehr. Ich schlage ihn nur mal drauf. Trink doch mal was. So, jetzt geht es da wieder nebenan. Mal ein kleines Schild, das ist ein Marquieschild. Das müsste eigentlich genug Abwehr haben. Ah jo, das reicht doch. Komm mal nach. Freundl, ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ah, der will nicht. Ich weiß auch nicht warum. Boah, brutal. Oh, der Neue. Oh je, wieso habe ich nicht so Bogen ausgerüst? Konntest man jetzt auch. Trink, bitte trink was. Oh Gott, oh Gott, das sind doch nichts. Trink. Voll. Blitz. Blitz drauf. Und wieder ein Huf. Boah, ist das brutal, ja? Nee, Alter, das geht nicht. Und weg. Das geht, aber das geht nicht, ja. Ich habe noch gar nicht die Hälfte mal runtergehauen, der Sack und Asche. So, ich kann den gar nicht. Ja, jetzt wieder Donut. Trink noch einen Schluck, komm. So, jetzt aber. Machen wir was. Und noch einer, hopp. Ja, so, jetzt noch durchatmen kurz. Ich rolle. Befreie ich. Lass ihn doch mal runterkommen. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Ja, mach nix, mach nix, mach nix. Einschlag. Ne, bleib doch doof. Ach, Gott, Asche her. Warte mal. Geht auch mit Feuerpfeilen. Ja, du warst selber schuld. Kanariervogel. Drachenwächter Seele. Yay. Oh, das war eine ganz besondere Seele. Bogen weg wieder. So, schwinge mal und sage, bis dennne, Crufti aus der Palle.